Schatz, was machst du denn? Ich zeig dir jetzt etwas. Weil du mein Problem löst. Also schau, kommst du dann? Was? Ich zeichne mir jetzt das Herz. Mach mal das Wasser ganz langsam. So. Mhm, ein bisschen mehr. Du gehst du auch noch. Du bist das Herz auch noch. Ich schau, ich schau, ich schau. Lukas! Oha! Es schmerzt! Okay, du bist.